willkommen zu zum let's christmas heute am samstag den 20.12 ich hoffe man hat es eben nicht gehört weil ich habe ihm gedacht oh gott hast du jetzt den bügel runter vom hetzel meine güne ja manchmal ist man auch mal ein bisschen verplant und ja heute der 20. wir haben jetzt eine 2 davor und 20 ist hier beim lebkuchen männchen und ja dann schauen wir mal was uns dafür ein lebkuchen ein guter lebkuchen nicht aber was dafür schon gerade kommt ich habe dieses jahr auch noch gar keinen lebkuchen mal gegessen ist eigentlich ganz schön so und es kommt na komm raus und da drin ist das lebkuchenmännchen was am mond tanzt am halbmond so und drin ist ein ja ein teddybär mit gefüllten beutel man könnte fast meinen känguru aber das soll dann doch ein teddybär darstellen so ein teddybär und dann gibt es ja hier noch den ideal kalender mit der türchen nummer 20 wenn ich finden würde hier direkt beim schlitten vom weihnachtsmann der viele geschenke dabei hat ich hoffe natürlich bekommt auch alle euer geschenke weil ja bei beispielsweise bei amazon wird ja ordentlich gestreikt aber da hat man so ein symbol ob es ankommt ob es nicht ankommt bei meiner lieferung ist zum beispiel so es kommt an so vor weihnachten und diesmal ist ich weiß nicht ob mit den tomaten ein löwe ein gefährlicher löwe jetzt haben wir einen löwe und einen fisch sehr gut ja nur ich werde damit wohl ich bin natürlich auf der seite des fisches weil es mein sternzeichen ist aber ja ja das wäre es damit morgen am sonntag geht es weiter morgen am sonntag dann die dreifach portion let's christmas mensa kritik und der letzte part von der frakse mit versagt von der russland map und ja das wäre es damit für heute damit gewesen morgen am sonntag geht es dann weiter vierter advent auch gleichzeitig ja und damit bis morgen und schau